Herzlich Willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily Dax heute am Montag, dem 12. April 2021. Wir blicken auf den deutschen Aktienindex und weiterhin gestaltet sich nun schon seit einigen Tagen die Lage recht zäh, muss man sagen. Denn wieder einmal ist der deutsche Aktienindex mehr oder weniger auf der Stelle getreten, die nahezu unverändert aus dem Handel. Und wir sehen somit der Slightindex nun den vierten Tag in Folge einer ganz, ganz engen Handelsspanne hier verweilt. Jetzt ist die Frage, wozu dient diese Seitwärtsbewegung? Ist wirklich die Luft raus oder ist das eben nur gerade ein wenig die Chance, die sich der deutsche Aktienindex hier gerade versucht zu erkämpfen, um Luft zu holen, um Luft zu holen für den nächsten Kursanstieg. Die Impulse der Wall Street sowie natürlich auch die Zahlen der Berichtssaison werden jetzt eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, die dann natürlich auch über den weiteren Kursverlauf des deutschen Aktienindex entscheiden werden. Wir sind auf der einen Seite weiterhin deutlich überkauft, auf der anderen Seite liegt jedoch ein ganz, ganz klarer Ausbruchsmarkt vor. Und ich betonte schon mehrfach nun, solange der Leidenindex hier oberhalb dieser grünen Ausbruchsnie notiert, gibt es seitens der Bullen bislang zumindest keinen Grund zur Sorge. Grund zur Sorge, nun ja, das herrscht weiterhin beim Hinblick auf den Kurs der Lufthansa-Aktie in der Spitze. Anfang März noch bei rund 13 Euro. Jetzt ist die Aktie schon unter 11 Euro gefallen. Natürlich, die Pandemie ist und bleibt schwer einschätzbar für die Lufthansa und dementsprechend ist der große Part der Tourismusumsätze hier weiterhin, ja, ein wirkliches Schachspiel. Denn mal kann es funktionieren, mal nicht und das Ganze wird eben entschieden von dem nächsten Zug. Ja, den eben hier aber ganz klar das Coronavirus bestimmt und eben nicht die Lufthansa selbst. Rein charttechnisch gesehen, ganz klar mit dem hier vorliegenden Bruch nun auch noch des Aufwärtstrends, könnte sich jetzt hier weitere Abwärtsdynamik in den kommenden Wochen durchsetzen. Natürlich sind die Corona-Pandemie-Impulse dabei entscheidend, aber sollte es hier zu keiner Besserung kommen, könnte es eben auch hier zu einem möglichen Kursrücksetze bzw. zu einer Fortsetzung der laufenden Korrektur kommen mit einem möglichen Kursziel von bis zu 9,50 Euro. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen früh, dann natürlich wieder mit dem Blick auf die Wall Street.